Oh, ich kenne eine gruselige Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits. Schafzähne sollen diese Geschichte ihren Kindern erzählen, um ihnen Angst einzujagen. Irgendetwas Geheimnisvolles haust in der dunkelsten Höhle des geheimnisvollen Jenseits. In einer Höhle, die dunkler als dunkel ist, lebt diese gespenstische Kreatur. Man nennt sie den Verborgenen Flitzer. Und weiter. Naja, der Verborgene Flitzer wartet immer, bis es Nacht wird. Tiefschwarze Nacht. Wenn ihr schlaft, taucht er an eurem Schlafplatz auf. Und bevor ihr wach werden könnt, seid ihr aufgefuttert. Dann wir müssen vorsehen vor Verborgenen Flitzer. Wie sieht ihm aus? Das ist ja das Problem. Niemand hat jemals einen Blick auf ihn geworfen. Was? Niemals? Wieso denn nicht? Na, weil er verborgen ist. Mehr als das. Manchmal ist er sogar unsichtbar. Was ist denn unsichtbar? Das heißt, man kann ihn nicht sehen. Ja, aber wenn er unsichtbar ist, wie kann man dann wissen, dass er da ist? Das merkt man dann schon. Denn bevor er dich auffuttert, stößt er einen lauten und äußerst gruseligen Schrei aus, sagt man. Au! Au! Bin er unsichtbar? Er vielleicht schon hier und wir nichts weiß. Das ist unmöglich. Oder nicht? Wer weiß das schon. Immer wenn du etwas siehst, aber nichts da ist, dann war das, was da war und du nicht gesehen hast, möglicherweise der verborgene Flitzer. Hey, das könnte er sein. Genau über deiner Schulter! Was ist das? Nur weil du unsichtbare Flitzer nicht siehst, heißt das nicht, dass unsichtbare Flitzer nicht da ist. Das ist nur eine Geschichte, Petri. Darum musst du keine Angst haben. Der verborgene Flitzer? Lädelfurt! Lädelfurt! Zeit ins Nest zu gehen, ihr Kleinen. Oh. Alles klar, Großmutter. Dann gibt's heute leider keine Gruselgeschichten mehr. Hm, als ob du uns damit Angst eingejagt hättest. Ähm, Ubi, kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Ich hab keine Angst, aber... Ich bin allein unterwegs. Jap, jap, jap. Die große, helle Scheibe macht alles so schön warm. Hm, ich glaube, das ist nicht normal. Nein, nein, nein. Spiky? Hm? Äh, hallo? Der verborgene Flitzer? Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Du hattest auch eine? Jap, jap, jap. Hm, hm. Ich glaube, wir hatten alle böse Schlafgeschichten. Nein, nicht alle. War der verborgene Flitzer etwa nicht in deiner Schlafgeschichte? Wieso denn? Drei Hörner haben keine Schlafgeschichten. Aber du hast doch geschlafen, also hast du auch Schlafgeschichten. Bestimmt auch vom verborgenen Flitzer. Aber Schlafgeschichten können einem nichts anhaben. Schlafgeschichten vielleicht nicht wehtun, aber verborgene Flitzer schon. Vielleicht ihr verborgene Flitzer in Schlafgeschichten gesehen, aber ich ihn genau hier gesehen, mit eigener Augens. Aber du kannst nicht etwas sehen, das es nicht gibt, vor allen Dingen, wenn es unsichtbar ist. Also schön, Petri. Und wie sah dieser unsichtbare Gruseldino aus? Wie? Wie? Gar nichts. Petri, ich weiß, dass alles, was ich über den verborgenen Flitzer weiß, nur Geschichten sind. Einiges habe ich mir sogar ausgedacht. Weil du Geschichte ausgedacht hast, heißt nicht, dass Geschichte nicht wahr sind. Das ist wahr. Aber wisst ihr, wer besser darüber Bescheid weiß als ich? Meister Plattnase. Ich wette, er weiß, dass niemand nicht weiß, ob diese Geschichte wahr ist. Und jetzt haben Sie gruselige Schlafgeschichten von dem verborgenen Flitzer. Nein, mir verborgene Flitzer gesät, ganz in echt. Jetzt sagen Sie ihm doch bitte, dass der verborgene Flitzer nichts weiter als eine Geschichte ist. Dann ist der verborgene Flitzer wieder zurück. Verborgene Flitzer zurück? Aber wenn er nie hier war, dann kann er doch nicht zurück sein. Es gibt ihn doch nur in Geschichten. Oh nein, der verborgene Flitzer ist keine Geschichte. Ist er nicht? Es gibt ihn schon seit Generationen. Ja, seit ich noch ein Nestling war. Sie waren mal ein Nestling? Er geht von Ort zu Ort. Aber er bleibt nie lange, sodass niemand ihn richtig beschreiben kann. Und manchmal kommt er zurück. Manchmal jetzt? Schon möglich. Aber diesmal, diesmal will ich ihn mit eigenen Augen sehen. Das letzte Mal tauchte er in den dunklen Höhlen auf dem Berg auf. Zwei Tagesreisen von hier entfernt. Sie wollen einen Blick auf ein Fantasiewesen werfen? Nicht ganz. Ich will einen Blick auf ein unsichtbares Wesen werfen. So eine Chance bekomme ich nicht noch einmal. Haltet Ausschau nach seinen Fußabdrücken, Kinder. Sie sind unheimlich groß. Uh, mehr Angst, wenn er das sagt. Und weitaus einander. Und das auch. Die Gelegenheit, den verborgenen Flitzer zu sehen, hat man nur einmal im Leben. Und wenn verborgener Flitzer uns aufässt? Tja, dann war das tatsächlich eine einmalige Gelegenheit. Ihr Nestlinge habt viel zu viel Angst. In diesen Wäldern gibt es nichts, wovor man sich fürchten muss. Und wie ist es hier? Und wie sieht's aus? Alles, alles bestens. Gehen wir weiter. In dieser Art Wald fühlt sich der verborgene Flitzer wohl. Selbst die Baumsterne hatten wohl vor ihm Angst. Auch wenn sie ihn nicht wirklich gesehen haben. Damals war ich nicht viel älter als ihr Kinder. Hat er gesagt, selbst die Baumsterne hatten vor dem Flitzer Angst? Verborgener Flitzer. Ah, da ist er ja. Ja, da ist er. Spiky, wenn du jetzt einschläfst, dann kommen wieder die Schlafgeschichten. Ach, wenn ich doch nur so wie Cera keine Schlafgeschichten hätte. Angst zu haben ist was für Angst, Aja. Angst zu haben ist was für Angst, Aja. Ich bin kein Angst, Aja. Und das bin ich nicht. Ich wusste doch, da ist nichts, wovor ich Angst haben muss. Aber du hast Angst. Oder etwa nicht, Cera? Cera ist ein Angst-Ei, Cera ist ein Angst-Ei, 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 Cera ist ein Angst-Ei. Ich bin kein Angst-Ei, klar? Drei Hörner haben keine Schlafgeschichten. Was glotzt ihr denn so? Hattest du etwa eine Schlafgeschichte? Nein, ihr habt mich erschreckt, das war's. Diese Äste sind auf eine Art zerbissen worden, wie es nur der verborgene Flitzer tut. Und seht mal, da, Fußabdrücke. Gehen wir. In die Höhle rein? Wir finden den verborgenen Flitzer nicht, wenn wir ihn nicht suchen. Du hast doch wohl nicht etwa Angst, oder Cera? Micha, Angst, mich warten hier draußen. Schon gut, schon gut, so viel besser. Also, wo kann er sein? Vielleicht ist er nirgendwo, weil es so etwas wie einen verborgenen Flitzer gar nicht gibt. Ver-Verborgene Flitzer! Was ist das? Das muss er sein. Mein ganzes Leben lang wollte ich ihn sehen. Und jetzt... hab ich's fast geschafft. Er wird uns auffressen! Ver-Verborgene Flitzer! Ver-Verborgene Flitzer! Warte! Ach, jetzt ist er weg. Noch nie war jemand so dicht an dem Flitzer dran. Das ist doch schon was, oder nicht? Hm. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch. Meister Plattnase, zuerst mal müssen wir Cera finden. Äh... 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 Cera! Zera! 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 Wo steckst du? Er ist weg, du kannst wieder rauskommen. Verborgene Flitzer wieder weg! Glaub ich! Wo würde Cera hingehen, wenn sie von hier weggehen wollte? Ich war so nahe dran. Tut mir leid, Meister Plattnase. Ich bin schuld, dass sie den verborgenen Flitzer nicht sehen konnten. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich bin ein riesengroßes Angst-Ei. Ich hab auch Schlafgeschichten und das ganze Zeug. Hättest du uns doch sagen können, dann hätten wir es gewusst. Wir sind trotzdem deine Freunde. Aber Dreihörner müssen doch immer tapfer sein. Dass du Angst hast, bedeutet nicht, dass du nicht auch tapfer sein kannst. Ach, meinen sie? Na ja, der Tapfere überwindet seine Angst. Das heißt, er stellt sich seinen Ängsten, so wie deine Freunde. Trotzdem sie große Angst hatten, sind sie mitgekommen, um den verborgenen Flitzer zu finden. Dann sind sie ja tapferer als ich es bin. Ich hab nur den Schatten des verborgenen Flitzers gesehen und schon bin ich weggelaufen wie... Wow! Es gibt ihn ja tatsächlich. Und ich hab ihn in die Augen gesehen. Ich kann es nicht fassen. Die Geschichte, die ich mir ausgedacht hab, war gar nicht ausgedacht. Seht ihn euch an. Der hat ganz viele schöne Farben. Ist denn das zu glauben? Meine Angst hat mich davon abgehalten, ihn zu sehen. Mir nicht glaube, dass mir nicht weggefliegt. Nein, nein, nein. Hallo, ich bin Zera. Er hat sich unsichtbar gemacht. Er ist gar nicht richtig verschwunden. Er hat sich angepasst, seht doch. Er ist immer noch da. Aber die Farben auf seinem Körper passen genau zu den Baumsternen. Verborgene Flitzer, gar nicht unsichtbar. Er nur veränderlich. Vielleicht hat derjenige, der als erster meine Geschichte erzählt hat, gesehen, wie er unsichtbar wurde. Ohne zu verstehen, wie er das gemacht hat. Ja, ganz genau. Ich bin Zera. Ich bin Zera. Ich bin Zera.